Nach neuestem Entwickler-Tweet stellt sich die Frage auf, ob wir vielleicht schon demnächst ein neues, größeres The Sims 4 Pack erwarten können. Außerdem gab es einen neuen Sims Delivery Express Inhalt, den ich euch ebenfalls in diesem Video vorstellen möchte. Beginnen wir direkt mit den neuen Objekten, die es dank einem neuen Sims Delivery Express Inhalt jetzt frisch im Spiel gibt. Der gestern für alle veröffentlichte Inhalt brachte die bereits vorher angeteassten Tattoos, aber auch sonstige Cas-Objekte, ein neues Bild und ein neues zeitlich begrenztes Szenario als Teil des Mini-Updates ins Spiel. Im Hersteller 1 Sim-Modus können wir uns jetzt über diese neue Frisur freuen, die allerdings stark an bereits schon vorhandene Haarschnitte erinnert. Diese steht ebenfalls nur für Erwachsene und nicht aber für Kinder oder Kleinkinder bereit. Ansonsten können sich jetzt alle Tattoo-Fans über insgesamt vier neue Tattoos für den Brust, Bein und Rückenbereich freuen, die sich besonders schnell mit dem kleinen Plumbob über dem Vorschaubild auffinden lassen. Diese wurden ebenfalls von echten Tattoo-Künstlerinnen erstellt. Ein cooles Detail, wie ich finde. Für alle, die bereits schon die neuen Bademäntel, Kopftücher und Hauben bei den Erwachsenen verwendet haben, gibt es gute Neuigkeiten. Diese können nämlich jetzt ebenfalls von Kindern und Kleinkindern verwendet werden. Gehen wir weiter zum neuen Szenario, welches bis zum 25. April gestartet werden kann. Ab sofort kann nämlich das neue inspirierende Unterrichtsszenario durchgespielt werden. Diesem müsst ihr als Erwachsener oder Teenager andere Sims mit Level 10 einer der aufgelisteten Fähigkeiten beibringen und dazu ein Fähigkeitenbuch schreiben. Und auch der Baumodus geht nicht leer aus. Hier erhalten alle Spieler dieses neue Gemälde, welches vom echten Künstlerteam Lano stammt. Weiter geht es mit einer spannenden Mini-News, denn die Entwickler waren in der letzten Zeit besonders euphorisch, was neue Inhalte für die Sims 4 angeht. So haben nicht nur ein, nicht zwei, sondern direkt vier Sim-Gurus in der letzten Zeit auffällig oft in einem Zeitfenster von ca. einer Woche über ihre Arbeit an neuen Inhalten gesprochen. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass die Entwickler ihre Euphorie teilen, aber in dem Maße passiert das tatsächlich nicht wirklich oft. Auch wenn wir hier keine wirklichen Details oder Hinweise bekommen haben, klingt es so, als wäre das nächste größere Pack schon relativ weit in der Entwicklung. Da wir jetzt schon letztens ein größeres Gameplay-Pack bekommen haben, wäre es doch mal wieder Zeit für eine neue Erweiterung. Aber auch von den Accessoire-Packs haben wir länger nichts mehr gehört. Das letzte Pack aus dieser Kategorie, Paranormale Phänomene, ist auch schon wieder mehr als ein Jahr her. Lassen wir uns mal überraschen, ob wir vielleicht schon im nächsten Monat mehr Hinweise oder vielleicht sogar schon eine Ankündigung erhalten werden. So lange könnt ihr in die letzte Folge Sim Gehört Reihen hören, in der ich mit meinem Kollegen Micha von SimTimes.de über das letzte große Update sowie Set gesprochen habe. Außerdem könnt ihr noch bis zum 31. März ein Pack nach Wahl bei meinem Partner Instant Gaming gewinnen, schaut in der Beschreibung vorbei. Wann rechnet ihr mit einer Ankündigung einer neuen Sims 4-Erweiterung, könnte schon demnächst soweit sein? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.